hallo alle zusammen wir machen heute die geschlechtsveröffentlichung von unserem kleinen baby wir haben hier diese tollen kanonen hier und die machen und dann kommt halt raus welche farbe das ist und anhand der farbe erkennt man natürlich welches geschlecht es wird so wir haben es jetzt auch wirklich spät erfahren das baby war immer zur seite gedreht nach hinten gedreht der popo war unten irgendwie konnten wir das immer nicht sehen ich habe auch übrigens jetzt die kommentarfunktion ausgeschaltet damit ihr das nicht vorher anhand der kommentare erfahrt so ich hoffe dieses scheiß ding platzt jetzt richtig warte ich muss erstmal kurz gucken wie das war funktioniert zeige ich auch kurz vorher noch an meinem baby bauch und zwar sieht es mittlerweile so aus also ich bin jetzt fast in der siebten schwangerschaftsmonat und ja da wächst jetzt gerade ziemlich doll und ich finde das bäuchlein gerade mega süß so ok wir haben jetzt gerade das problem dass wir nicht wissen wie diese hier angeht 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 4 5 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 7 7 7 8 7 8 8 9 5 5 5 5 5 6